Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft Mike Stolzenberger. Schön, dass du hier heute wieder reingeklickt hast und falls du keine Passübungen mehr verpassen möchtest oder sonst irgendwelche Spielformen oder Trainingsübungen, dann abonniere mich genau jetzt, damit du keine Übung mehr verpasst. Ja, hier siehst du eine schöne, schnelle, knackige Passübung mit direktem Spiel, wie du es hier siehst, mit klatschen lassen, den Pass in die Tiefe dort und am Ende beim Rüberlaufen mit ABC-Läufen, wie es jetzt hier hinten ganz kurz links oben sieht. Ja, achtet auf das genaue Passspiel, immer wieder darauf, dass sie sauber kommen, nicht so wie hier und wenn, dann sollen sie halt einmal runternehmen und weiter fortführen. Ja, schön, dass du dabei warst und ich freue mich schon das nächste Mal mit dir. Bis dann. Ciao, ciao.